Oooo Antoniaaaaaa Das war so dumm Das kann doch nicht sein Oh nein oh nein oh nein oh nein Oh nein oh nein Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Gleiches bei Sheets. Ja, kann ich bestätigen. Wer war ganz unten bei Sheets am Anfang? Das würde ich jetzt auch mal gerne wissen. Wer ist rechts gelaufen am Anfang? Also ich bin, ich war, ich war mit, ähm, Es geht nur um rechts. Ich war mit Raper's das einzige rechts am Anfang und er ist sofort durchgesprintet zur Navigation. Er hat keinen Task bei Webmas oder O2 gemacht. Ich hab zwei bei O2 gemacht und irgendeine andere Person ist vorbei gelaufen. Ich hab aber nicht gesehen wer. Ich bin schnell ab runter Richtung Storage gerannt. Rewe, du warst rechts, du bist rechts am Anfang gelaufen. Ich hab gesehen wie du bei Webmas oder unten gelaufen bist. Ey, no joke, das was Rewe sagt, sorry, das was, äh, Rewe gesagt hat, hat sich mega gelernt. Ja, aber Rewe ist doch am Anfang ganz rechts gelaufen, ich glaub. Ich hab heute Abend... Ich hab auf jeden Fall einen hellblauen... Ich bin, ich bin, ich bin runter, ich bin runter, Cafeteria den Zwischengang Storage und mach gerade da diese Mülltast mit dem, äh, runterziehen. War da jemand mit dir? Danny, ich bin runtergelaufen. Okay, schade Rewe, schade. Ich bin runtergegangen. Ja, dann ist es Rewe, I guess. Aber wir sollten ihn noch nicht kicken, oder? Ich bin von Cafeteria den Gang zu Storage gelaufen. Es sehen ja grad Mixed Feelings, weil ich weiß das nicht. Ich hab irgendwie gesehen, dass Rewe einfach rechts war. Das kann's nicht gewesen sein, weil der war AFK mit mir am Spawn für ne halbe Stunde. Ich hab mein Intro gemacht. Ganz schwieriges Thema. Ja, ja. Ich glaub, wait, wait, ich glaub ich hab Rewe auch zu Weapons laufen sehen. Ah, warte mal, jetzt wo ich's grade sage, ja, ich glaub ich war da tatsächlich. Will vielleicht noch jemand kommen und sagen, dass ich da war? Ne. Ey, ich würd's skippen, aber ich würd auf jeden Fall Veni, äh, sorry, Rewe im Auge behalten. Und Reef, und Reef, weil Reef wollte jetzt ein bisschen gegen... Reef jetzt grade gegen Rewe so geschossen hat. Schön auf nachträglich. Trimax hat sich selber gewonnen, ist der dumm. Max, hallo! Moin Meister. Ich habe Romatra gefunden. Pass auf, folgendes. Ich bin mit Romatra und Antonia auf der rechten Seite unterwegs gewesen, Weapons. Navigation-mäßig. Bin dann runtergelaufen. Soll ich kurz sagen, wo der liegt oder reden wir recht? Ja, ja, ganz kurz, ich würd's kurz vorher nur sagen. Ich glaube, dass das Antonia war, weil die war mit Romatra unterwegs. Wo liegt die Leiche denn? Die, das wollte ich grade erzählen, die liegt direkt vor Communication da. Ja, so diesen Mittelgang zwischen Shields, Communication, Storage... Okay, das ist legit weird, weil da war ich. Da war ich... Ich bin da grade mit Waze tatsächlich. Besonderste, ich kippe. Moin Meister. Warum jetzt Trimax nochmal? Wieso? Weil er die Task, die er vorhin gesagt hat... Das ist ne überschlechte Taktik. Es gibt Kabel in Communications, rechts an der Tür. Nein, gibt es nicht. Gibt es nicht. Ist das Proof? Ich hab keine Ahnung von dem Game. Ist das Proof? Ja. Dann muss Max raus. Dann ist Max, aber dann ist Max derjenige, der dann... Dann ist Max Romatra gewesen. Ich muss Anni streicheln und sagen, Antonia hätt's gemacht. Aber das schaff ich nicht. Oh, Antonia! Das war so f*** dumm. Also, ich bin... Ich bin grade reingekommen. Anni stand mit dem Rücken zu Antonia und Antonia hat sie... Ich bin grade von oben, von Security reingelaufen in Lower Engine und Antonia hat grade einfach Anni auseinander gespäten. Ey, ich kann komplett rekonstruieren, was ich diese Runde gemacht habe. Ich kann sagen, was ich diese Runde gemacht habe. Lass mich doch ausreden, Antonia. Allein deine Stimme macht mich gar aggressiv. Ja, aber ich bin immer aggressiv. Ah f***. Lass auf jeden Fall im Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal. Hey, ich bin Rossi. Bro, wenn du nicht das mit den Kabeln verkackt hättest, Max, wär das gar nicht aufgefallen. Das war so dumm von dir. Ich glaub nicht, dass Tim ein kann, weil der nicht... Nicht Tim, nicht Tim, Tim, sondern Tim Jacken. Ja. Aber ja, ich hab... Ich hab beide, ich hab beide, ähm... gesehen, aber halt nicht die komplette Runde über, ne? Das ist das Ding. Das Ding ist... Das Ding ist... Ich hab die Augen und beginne den Tag. Natürlich mit einer Runde Battle Royale. Battle Royale. Battle Royale. Mach ich zu meiner Hauptaufgabe. Meine Mutter nervt mit Hausaufgaben. Sie sagt, ich wäre süchtig. Sie hat Rechnung vom Thema abzulenken. Mach ich mich drüber witzig. Check, check, check. Und wir mit dem Chat-Pack. Der hat keine Chance. Höre hier in seiner Step durch mein Headset. Ein Shot in sein Kopf nach der Herzen. Nein. Das ist nicht zum allerersten. Es sein... Es müssen ja zwei, äh... Zwei sein. Einer von euch. Das sind die... Ähm... Bist du wie klar ist auf diese Runde? Ähm... Ähm... Hallo, wir müssen warten. Anni oder Danny würd ich freuen. Wenn ich da arbeite... Nein, nein, nein. Nein, ich bin es safe nicht. Wie gesagt. Bei dem einen, wenn ich Danny aus dem Chat gerade habe. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Vanter R"? 파! Ja,plets ist alles gut. nasty sind alle dio. Ach zum Woten! Tramx! Benni! Ey, in da rappe. Wir Division meinen Rücken. Danni. Über die paars würd ed went fakten. Morris einRepast. Den werden Dmi. ...ASRock! ...das sind unendlich soare in Ordnung. Bis jetzt macht's ein paar's,Phone! Gute, Gute, in der Arme behalten... Was? Ey, ο, ourん, rؤ manter so hart. Wenn Danny es nicht gewesen ist, Keir f�, der serter characteristics. Ihr wisst ... Zuba gerbeitet... O Friend! Also schlimm mal Danny! Also außer er hat mich übel gebrannt als third Imposter! Dann nehme ich alles gut erwarten! Ich bin ein, okay? Yo, FODER DANG! Aber, ja, Danny hat es auch schon. Wenn ihr Leben soll es ziehen, dann führt euch auf die Sprengen. Das ist ein bisschen zufrieden! AAAAAAAA! 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 Hau! AAAAAAAA! 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 Das ist nie mehr raus! Ey, ich hab mir grad das Becken gebrochen! Kein Bock mehr. Das kann doch nicht sein. Also ich war noch nie so oft im Poster wie heute. Boah, ich kann das mit Waze zusammen nicht spielen. Ich bin so schlechter als im Poster. Ich bin wirklich der beschissenste Imposter! Real Talk! Molle, der Trimax hier! Ich habe gefunden Trimax in... Was ist das unten in der Raum? Komms! Gesehen habe ich Anni und Veni auf dem Weg. Allerdings war Anni in Shields. Äh, ich bin von Storage zu Shields gelaufen. Ich hab erst den Müll runtergebracht. Das hab ich beim letzten Mal nicht mehr gemacht. Müll runtergebracht. Bin dann zu Shields gegangen. Hab Shields gemacht. Bin dann nach links gelaufen. Da kam Rebe mir entgegen. Hat umgedreht. Wir sind zurückgelaufen. Dann ist er in Coms rein und hat reportet. Ja, weil ich den Report-Button dann gesehen habe. Der ist aufgepoppt. Ich hab das zuerst nicht gesehen. Also jetzt bei sieben Voten wäre blöd, wenn wir den falschen Voten wäre halt dumm. Lieber bei sechs. So, skip it. Lol, what the... Wo? Wo die gleiche? Direkt Storage, rechts der Gang vor Electrical und Veni steht in Storage drin. Ja, wer war gerade hier mit mir oben? Waze und Danny, ne? Ja. Okay, und uns können wir jetzt ausschließen, weil wir müssen Voten. 100%. Waze war bei euch oben? Waze war bei uns oben. Ich hab gerade grün auf jeden Fall Fuß gesehen, also muss es Veni sein. Und dann hat die Leiche vor Electrical gefunden. Okay, ist das Veni, Anni oder Revi? Ne, ne, ne. Vorher war Anni und ich gemeinsam bei Admin drin. Ja, wir waren zusammen mit Admin, O2 gefixt. Dann wollte ich hochlaufen zum anderen O2. Revi war im Admin-Panel. Dann wurde es gefixt, dann bin ich wieder zurück, hab Kabel gemacht. Dann hab ich gesehen, wie Revi rausgelaufen ist. Ja, dann ist Veni Assas. Warte, 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 warte. Wo bist du hingelaufen, Anni? Du bist nach oben gelaufen zum anderen O2? Ja, aber nur bis Cafeteria und bin dann wieder zurück, weil das dann wurde es gefixt. Und wo bist du dann hingegangen? Zurück zur Admin, hab meine Kabel gemacht. Jo, ich hab noch nie meinen Einen. Hallo, ihr drei habt euch oben gesehen. Ihr habt mich auch oben gesehen. Ja, wir müssen jetzt einen voten. Also, ich werd Veni voten, weil er am nächsten da dran steht. Ja, sicher. Wir müssen halt voten. Wen habt ihr gewoßen? Anni, Anni, du warst bei mir. Ich hab Revi gewoßen. Oh mein Gott, wir haben verloren. Wie lost. Das ist so dumm, das ist so dumm. Wieso votet ihr? Danny, der stand daneben, Alter. Danny, wie lost? Der stand daneben, Alter. Also, wenn du kein Imposter bist, dann bist du trash. Wie lost. Digga, wie geil. So, also, es muss Revi sein, weil jeder andere Imposter wäre smart genug gewesen, um zu sabotieren. What the f***, Digga. Danny, könnt ihr doch... Bro, das ist wieder irgendeine dumme Assumption. Du hast keine haltbaren Beweise. Du wurdest jetzt wieder irgendwas rein, längst auf mich, weil es dann obviesig ist, dass jeder mitgeht. Ich denk immer noch an Kevin sein Tod. Ich denk immer noch an Kevin sein Tod, weil da waren wirklich nur Revi und Revi. Ja, aber Bro, das könnte ein easy Play von dir und Veni jetzt sein, weil ihr Imposter seid. Ich bin die ganze Zeit mit Anni unterwegs. Ja, also du warst kurz mit mir, also du warst einmal zur Hälfte mit mir unterwegs. Du hättest halt danach töten können. I'm sorry, aber es ist so. Nah, what the f***, dann könnte ich dich hier genauso gut zassen. Es ist Revi. Es ist Revi, es gibt keinen Proof. Du sagst einfach, es ist Revi. Nein, ich hab dir gerade einen Proof gegeben. Du standst eben neben der Leiche dagegen. Ich hab nicht gewartet. Dumm, einfach nur dumm. Wirklich dumm. Okay, Revi ist safe. Hä, nein. Nee, Revi ist safe Imposter, mein ich. Ja, Revi war auch safe Imposter. Ich hab ja gesagt, das ist der nächste, weil beide da waren und Base waren nicht da, aber im Pass, wo er eigentlich hätte sein 9. Ey, okay, doch. Ich hab eigentlich Revi und Veni, aber da habe Veni so hart gegen links gespielt. Aber andererseits, Veni ist ein Master, meinte, in diesem Dreckspiel. Lass einfach Base voten und das gewinnen. Danke. Veni hat in der ersten Runde genau erzählt, was passiert ist und Vase und Revi suspected. Ich hab's mit der Kamera gesehen und hab gesagt, dass ich über 3 dort zu reden habe. Veni macht sich so sass damit, dass wir alle mitgehen. Das ist so schwachsinnig. Ich bin safe sicher. Ich bin safe sicher, ja. Ich war in Navigation. Wir haben da nicht verloren. Wir haben da nicht verloren. Oh, schießt mich schon hier an mich. Das ist, ey, das ist einfach nur random, Bro. Digga, ich hab da keinen Bock. Tut Ziel gefallen lassen. Über die Kamera geeignet, dann können wir auf. Wir sitzen ges imperfect zusammen. Alles ist. windows mit der Kamera. Gut geht nemen. Boca. Tante D Element und qualification. Ma які bei tornado. Tante Geld Sch RepРИ. Muss. 取ark. Zentminist collaboration.